Alex Summers, ich hoffe, Sie wollen ihn nicht mit anderen zusammenlegen. Der Typ ist der Erste, der tatsächlich lieber in Einzelhaft sitzt. Alex, was ist deine Gabe? Was kennst du? Entdeckung, wenn ich sage. Immer wenn ich das mache, passiert irgendeine Scheiße. Weil du es nicht ganz kontrollieren kannst. Es kontrolliert dich. Darum sind wir hier, Alex. Dafür trainieren wir. Na schön, Alex. Versuch nicht, mich zu treffen. Das wäre sehr freundlich. Ist das dein Ernst? Das ist mein voller Ernst. Du genießt mein allergrößtes Vertrauen. Hier hast du die Gelegenheit, ein etwas wirklich Großartigem teilzuhaben. Das war's für Schüner dzie物. Mir ist dein reingesne Didnen. Das war's für Schüner. Cargère!